Was ist super hier als Magier? So, es müssten alle gewesen sein. Lifejam, ja. Try jumping. Ich glaube nicht. Heilen. Sieht nämlich sehr tief aus. Da ist nix. Banditenmesser, meh. Aber wir haben noch dieses Runterwerfding, ne? Die da. Ah. Das war nicht das tödliche Geräusch, oder? Ich teste. Also bei Dark Souls 1 gab es ja ein Geräusch, so ein Schreien, wenn es zu hoch war und man sterben würde. Das sieht verdächtig aus. Ah, okay. Ich komme hier allerdings nicht wieder raus. Oder? Ah, doch hier. Aber ich würde ganz gerne raus zu der Schlucht und da dann so ein Ding runterwerfen. Einfach nur um zu gucken. Habe ich hier... Oh. Weg. Weg. Oh, 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 oh. Das hat die Frage erübrigt, ob ich da runter will. Und jetzt da auch runter. Weg mit dir. Weg. Nein. Hat sich denn der Hunter verkeilt? Das sieht sehr unangenehm aus. So, probieren wir das Ganze mal hier. Flop. Naja, es war auch nicht tief genug. Ähm. Nope. Ich brauche eine Schlucht, ne? Tiefe, tiefe Schlucht. Ah, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. Sehr gut. Hier, das sieht tiefer aus. Tödlich tief. Also. Drück. Warte, 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 warte. Das hört sich genau... Achso. Ist irgendwo vorher aufgekommen. Ah. Das ist das Kreischen, das... Äh, ich meine, daraus lag kurz eins. Das heißt, man kann wirklich in das Loch da in der Mitte reinspringen. Das war gar kein Trollversuch. Okay. Das heißt, wir... Equipment. Dich weg. Wir hätten gerne mehr Lebenspunkte. Katzenfallring an. Human Effigy an. Volle Lebenspunkte haben wir nicht. So. Jetzt springen wir da einfach runter. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also man stirbt nicht an dem Fall. Es ist nicht unendlich tief. Es ist eine Rohe, das eine Abzweigung hat und dann unendlich tief ist. Ah. Okay. Guter Troll. Sehr guter Troll. Läufst du uns hinterher? Ich teste. Bisher nicht. Ah. Ich habe vergessen, das Ding zu töten. Lass sie einfach mal da. Die Jungs scheinen wirklich einfach gar nichts zu machen. Okay. Okay. So. Also wir gehen jetzt nicht wieder da runter. Wir sammeln nur unseren Seelenhaufen wieder ein und gehen weiter. Hier waren aber sehr viele... Oh. Dark Spirit. Dark. Da hinten. Du bist auf der falschen Seite. Junge. Könntest du den Baum hier vielleicht irgendwie umkippen oder so? Ich lass dich jetzt warten. Das kannst du sowas von knicken. Wenn du mich angreifst, dann musst du mich auch angreifen. Wow. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen, hm? Oh. Brände schwer. Das sieht total mächtig aus. Okay. Ja. Roll, roll, roll. Warum triffst du mich verdammt? Ja. Genau. Und dann noch was zu tun, als wenn du das durch Können geschafft hast. Das war leck. Du hast mich zweimal getroffen, obwohl du mich nicht hättest treffen dürfen. Das ist alles... Bollocks. Ich bin ein schlechter Verlierer. Durch sowas. Definitiv. Also wenn es ein guter Kampf ist und es wirklich an meinem Versagen liegt, dass ich verliere. Das ist vollkommen okay. Aber sowas... Ne. Da geh ich ab. Okay. Du da... Töten. Du den da oben... Töten. Oh. Ähm. Okay. Okay. Das war geplant. Alles geplant. Ich hab gar keinen Fallschaden bekommen. Okay. Ähm. Monastery Charme und eine Seele. Hier. Oh. Was macht da so ein Platschgeräusch? Ah. Da unten ist was. Okay. Fine work. Vergiftet. Das gehört glaube ich nicht zusammen. Du... Entgifte dich mal. Dann pack das Entgiften wieder in den Quick Slot. Und dann versuch das Gift Ding da zu snipern. So. Dann... Versuch das Ding da unten zu snipern. Naja. Bewegt sich viel zu viel. Ah. Bleib stehen. Sehr nett. Danke. So. Und den Looter hinten hätte ich ganz gerne. Oh. 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 Nein. Schade. Poison Moss. Oh. Hast du das? Ach. Noch so ein doofes Ding. Du geh weg. So. Dolch. Öffnen. Rickards Rapier. Den haben wir schon. Was? Du bist ne doofe Eisenkiste. Eisenkisten muss tolles Zeug sein. Ha. Sachen das wir schon haben sind kein tolles Zeug. Große Seele. Schon gut. Bist du ein Fahrstuhl? Ja. Ich hab irgendwo schon mal so einen Fahrstuhl verpasst. Wurde in den Kommentaren gesagt. Ich weiß jetzt aber nicht wo. Ich denk mal im Gefängnis irgendwo. Wo sind wir jetzt? Ich denk. Ah. Genau. Das wird die Wand sein, die wir von hinten gesehen hatten und dachten. Oh. Das ist ein secret. Ja. Das ist eins. Da ist der Sniper. Weg. 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 Ganz viel Loot. Loot. Rogue Armor. Weg. So. Du. Stopp. Snipern. Du. Können Licht machen. Wollte eigentlich den Typen töten. Danke. Aber warte mal. Licht machen klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht geht denn ja irgendwas auf oder so. Wenn hier genug Licht drin ist. Da ist keine. Ne. Und das ging nichts auf. Okay. Schade. Äh. Loot. Lifegem. Ähm. Wo ist unser Seelenhaufen? Ähm. Achso. Wir sind ja gestorben durch den Typen, ne? Also wir haben gar keinen Seelenhaufen. Beziehungsweise der Seelenhaufen liegt jetzt irgendwo draußen. Ähm. Ähm. Okay. Jetzt müssen wir wieder hoch. Um wieder runter zu springen. Um wieder weiter zu kommen. Wobei wir dann nur im Kreis laufen. Ähm. Ich würd gern irgendwie da hinten hin. Ninja. Hallo? Genau. Da zu der Brücke würde ich gerne hin. Aber das sieht wie ne unsichtbare Wand wieder aus. Ja. Pfff. 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 Und hier steht bestimmt Warnung vor, genau, Trauer voraus. Ah, ich muss... Da, kakakakakakak. Ich habe mich fast runtergeschubst. Der kleine Map hier. Über Lute, ja. Cracked Red Eye. Leiter. Da ist Lute. Ich glaube, ich gehe da an. Ungeplant, okay. Die Gegend hat sehr viele versteckte Ecke, die man ganz zufällig finden kann, wenn man sich tollpatschig anstellt. Also wenn ihr hier seid, einfach ein bisschen rumrollen. Es kann nichts Schlimmes passieren. Ah, ich habe nochmal versucht, den da hinten zu bekommen. Sehr gut. Du, ich muss früher abspringen als eben. Naja. Muss wahrscheinlich von ganz oben da hingehen oder hinspringen. Also von den Plattformen aus da. So, noch mal den Fahrstuhl hoch. Der, die auf der anderen Seite ist. Kalik. Gut, dass Talana so dünn ist. Fällt mir gerade auf. Das könnte sonst sehr unangenehm sein in dem Ding. Da. Es gibt doch keine dicken Untoten, oder? Fällt mir gerade mal so ganz nebensächlich auf. Doch, bei der Charaktergenerierung konnte man welche auswählen. Das macht nur fast keiner. Da, so. Wir hätten gerne den Weg, den Weg hier wieder zurück, links an der Wand halten, durch die Tür und dann nicht irgendwo runterfallen. Sondern, da war gerade so ne rote Nachricht. Das heißt, da könnte ich einen anderen Spieler angreifen oder beschwören. Wie das mit den roten Nachrichten funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so motiviert, hier jetzt jemanden zu beschwören. Weil das Gelände einfach tierisch stuf ist. Und weil ich anscheinend nicht genug FPS... Oh. Nicht genug FPS hab. Oder zu viel FPS hab ich... Ne? Das mit dem Leck ist hier bei Dark Souls so ne Sache. Anscheinend, je schlechter die Verbindung, desto besser die Karten haben in der PvP. Irgendwie so. Was für mich doof ist, weil ich hab ne sehr schnelle Verbindung. Du sie weg. Ah, Fackeltüten. Ich mag keine Fackeltüten. Hinten ist so ein Giftspucker. Ist hier irgendwas? Naja. Okay, also ich komm von da. Ich sollte den Baumstamm umkicken. Wenn wir von hier an den Baumstamm rankommen. Ja. Kick. Und jetzt sind das 20 Meter von einem Leuchtfeuer zum nächsten. Das ist auch sehr interessant. So, also da geht's nicht lang. Es geht über die Brücke rüber. Loot. Fackel. Okay. Oh, da ist einer. Vorsichtig links. Ja, das stimmt.